Hallo und ganz herzlich willkommen bei so einem weiteren Video zu leitstellenspiel.de. Ich habe heute das große Vergnügen, euch zu sagen, dass ich soweit mit dem Bereitstellungsraum fertig bin und wir das morgen ins Spiel integrieren können. Und ich möchte euch noch einmal die Funktionen zeigen, wie der Bereitstellungsraum funktioniert. Ich habe mir schon im letzten Video gesagt, jeder Benutzer kann einen Bereitstellungsraum bauen. Das geht innerhalb von 24 Stunden einmal. Der Bereitstellungsraum löst sich nach 24 Stunden automatisch wieder auf und alle Fahrzeuge fahren zurück. Wie lässt sich so ein Bereitstellungsraum bedienen und wie lässt er sich im Verband bedienen? Das zeige ich euch jetzt einmal. Das ist mein Bereitstellungsraum. Ihr habt ja schon beim letzten Mal gesehen, ihr könnt Fahrzeuge auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal hier meine Fahrzeuge aus. Ihr könnt Fahrzeuge aus jeglichen Status auswählen. Und je nachdem, ob sie dann gerade in einem Einsatz drin sind oder nicht, fahren sie dann den entsprechenden Bereitstellungsraum an. Ihr seht, in meiner Wache F1, F2, F3, das sind alles meine Feuerwachen mit jeweils einem Fahrzeug. Die Fahrzeuge sind teilweise im Status 1 oder Status 2. Die werden dann alarmiert. Das heißt, die fahren dann tatsächlich den Bereitstellungsraum an. Wenn ein Fahrzeug jetzt in einem Einsatz wäre, dann wird das natürlich erst den Einsatz fertig machen und erst dann nach dem Bereitstellungsraum anfahren. Also ihr braucht da keine Angst zu haben. Ihr nehmt da nicht aus den Einsätzen die Fahrzeuge wieder raus. So, die Fahrzeuge fahren jetzt hier, wie gesagt, den Bereitstellungsraum an. Das klappt soweit alles sehr, sehr gut. Ihr könnt zugewiesene Fahrzeuge wieder entfernen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte diese Fahrzeuge doch nicht mehr an diesem Bereitstellungsraum haben, dann einfach auswählen, Bereitstellungsraum der Fahrzeuge auflösen. Und dann würden diese Fahrzeuge, wenn sie in einem Einsatz sind, danach wieder zurück zu ihrer Heimatwache fahren. Wenn sie bei keinem Einsatz sind, fahren sie direkt wieder ihre Heimatwache an. Ich lasse das jetzt aber mal. So, wie funktioniert das Ganze im Verband? Die Bereitstellungsräume sollen auch im Verband funktionieren. Das war ein ganz großer Wunsch von euch und dem gehe ich nach. Und zwar ist es so, die Bereitstellungsräume sind automatisch immer im Verband freigegeben. Weil es macht keinen Sinn, das zu begrenzen. Weil der Besitzer des Bereitstellungsraums hat keinen Nachteil dadurch, wenn andere aus dem Verband den Bereitstellungsraum auch nutzen. Der Besitzer bekommt es im Zweifelsfall nicht nur als mit, weil es wird hier nirgendwo angezeigt. Ich gehe jetzt mal in meinen zweiten Browser und habe da meinen zweiten Benutzer. Mein zweiter Benutzer hat auch eine Feuerwache. In dem Fall heißt sie F1. Hat einen LF20. Und hat in den Einstellungen bei Gebäude von Verbandsmitgliedern das angeschaltet, sodass er die Gebäude von den Verbandsmitgliedern sieht. Die beiden Spieler sind im gleichen Verband. Und ihr seht schon auf der Karte, der Bereitstellungsraum wird hier angezeigt. Und das heißt, wenn der zweite Spieler jetzt diesen Bereitstellungsraum aufruft, dann kann er ebenfalls Fahrzeuge zuweisen. Er hat jetzt schon ein Fahrzeug zugewiesen. Und das steht jetzt auch schon im Bereitstellungsraum. Das heißt, es kann von dem Spieler dort erstmal geparkt werden und kann von dort aus dann zu den einzelnen Einsätzen geschickt werden. Macht jetzt in diesem Fall relativ wenig Sinn, weil der Bereitstellungsraum ist hier oben und die Einsätze sind hier unten. Da wäre es besser, wenn das Auto auf seiner Wache geparkt hätte. Aber ihr versteht das Prinzip. Also, die Fahrzeuge können dann praktisch von da alarmiert werden. Ja, das erstmal dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spiel. Ach, ganz vergessen zu sagen. Das Ganze möchte ich morgen ins Spiel integrieren. Das heißt, morgen geht das Ganze online. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Danke. Ciao.